Musik So, da sind wir Alle zu viert Was geht Heute gibt es mal so ein Kletet Halloween Special von uns Und wir machen jetzt einfach mal ein altes Krankenhaus Wie gesagt, die Urban Brothers, der Go Outside Ja, das erkunden wir jetzt einfach mal bei Nacht So, die Jungs sind auch schon angekommen mittlerweile Da sind sie, Dietz 4 von den Urban Brothers Lass uns mal überraschen, bis gleich Schönes Move entdecken So, jetzt kicken wir mal hier so ein bisschen Wir sind jetzt von hinten aus mal angegangen Da seht ihr ja schon so ein bisschen So, naja Ein Stück von dem ganzen Ding Ich weiß nicht, ob ihr drauf habt oder nicht Der leuchtet uns an Der leuchtet uns an Sind ja wirklich welche, oder? Ich würde sagen, ja Lass uns doch hier reingehen, wenn hier ein Weg ist Ja Ja, hier wird ja wohl öfter mal hier drin gewesen sein, so wie das aussieht Die Scheiben sind schon Jutsu hier ballert Wie geht der nicht den komplizierten Weg? Wie geht der nicht den einfachen Weg? Boah, der ging mir auch gerade Komm, wir gehen wie lang Guck mal, das ist auch ein Weg Guck mal, warum bist du nicht lange angekommen? Guck mal, das ist auch ein Weg Warum bist du nicht lange angekommen? Guck mal, das sieht ja schon wie los hier drin Guck mal, das war Kann ich erst mal mit einer solchen Maske Der Corona-Side, Corona Was für ein Corona-Side? Geil Guck da Krass, Alter Boah, aber guck mal hier Es kommt jetzt verbrannt, ne? Ja, das Warte, wenn wir jetzt mal mehr Putz rein kommen, der Boah, guck dir das hier an, ey Krass, wie das verbrannt wird Oh, hier ist die Tür aber richtig, warte Boah, Alter Es wird da richtig gebrannt, oder? Aber Vorliefer, oder? Aber Zeitung liegt schon auf jeden Fall noch rum, ne? Da müssen wir nachher nochmal gucken Ist das Zeitung? Ja Ja Ja, so irgendwas knaller ist der Rundfunk Wenn der nicht verbrannt Zut, den Knaller Aber irgendwas riecht hier komisch, Alter. Aber wirklich. Welche hätten ihr wissen, oder? Ey, jetzt ohne Scheiß, Alter. Wenn jetzt hier irgendwo nachher was passiert, dann ich schreie, ich renne schreiend raus. Du, ganz ehrlich, ich liebe Keller wie Sau, ne? Ja, schon ein bisschen Muffin. Ja, war die Sachen an den Katzen, da ist schon drin, in diesem... Ja, ja, da haben wir nicht was gehört. Sollen Katzen noch liegen und... Ja, aber warum liegt hier eine Baufolie ausgelegt? Keine Ahnung. Ich hätte mal jemanden mit einem Menschen-Ikate oder was. Na, das sieht auf jeden Fall noch sauber aus, das Ding. Oder vor, das ist bestimmt ruhig ausgelegt für uns, Alter. Ach, fick dich. Boah, kacke, Alter. Boah, ein Loch. Kannst du keinen? Guck mal, kannst du den E-Lakum nehmen? Hallo. Guck mal, ist der dauer. Da ist ein Loch, Loch im Loch und hält hier doch. Warte mal, ey. Boah, Kurva. Da steht jeder. Alter, ich hab mich richtig erschrocken. Wer macht denn sowas? Da saß gerade eine Rolle und hat irgendeinen Scheiß gemacht. Das ist alles. Da ist es. Das ist besser. Das ist alles. Das вот ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Ich weiß, dass es hier war, dass ich ganz gerne komme. Das ist der Rechte. Der Rechte ist auch schon. Das ist ganz schön. Ich bin da mir nicht aufs. Das ist besser. Das ist ein Jump-Trop, ein bisschen umgascht, bis jetzt für die Veränderung. Du kannst eigentlich mal die sind hier da. Du kannst doch gar nicht was da rausgehen. Ja, Soso? Ist jemand hier? Ich würde gerne einen Handel abschließen. Naja, es ist ja auch nicht egal, warum ich hier bin. Und zwar, wie wir es nicht bekommen haben, weil es ja mit meinem YouTube nicht so toll. Also die Follower werden auch immer weniger. Ich hätte hier ein Tier und dessenselbe könntest du ja gegen einen Follower nehmen, damit es besser an meinem Instagram-Account läuft. Das sieht ja eklig aus. Ich will mal nicht der Kopf daneben oder oh mein Gott. Aber wo ist die hin? Ich habe keine Ahnung, Alter. Lass mal gucken, dass die gleich irgendwo um die Ecke kommen. Alter, lass uns doch mal verpissen. Wir sind jetzt extra drei Stunden hierher gefahren. Das ist mir scheißegal, Alter. Ich habe keinen Bock abzukrepeln. In welche Richtung gehen wir jetzt überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Wo ist überhaupt drin hier? Wir sind von da einfach Krampenhaus ist groß. Was hältst du davon? Oder wir teilen uns mal auf? Aufteilen? Ja, aufteilen. Zweier Teams oder jeder kickt mal so ein bisschen hier rum. Tja, und entscheide ich mir. Du willst ihn jetzt doch suchen? Ich denke, ihr wolltet ihn nicht suchen. Ja, nicht suchen, aber dass wir mal am wenigsten hier ein bisschen das Haus unterkunden. Haben wir einen Asiaten bei? Nee. Der Asiaten stirbt in Horrorfilmen immer als allererstes. Ist so. Ist einfach so. Das ist Fakto. Keine Ahnung. Was haben wir jetzt? Ach du? Schwarzabstammung oder Schwarzabstammung? Oder zwei Zweier Teams. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Wir teilen uns auf. Naja, dann lass uns das erstmal kicken. Dann lass uns. Kann ich euch schon? Ja. Ey, komm. Unbescheiß. Nee, komm. Lass mal rausgehen hier, oder? Ja, ich fahre mal die Tür auf. Das ist immer so nett. Ja, ich fahre mal die Tür auf. Ich fahre mal die Tür auf. Haben wir überhaupt schon mal? Nee. Ey, guck dir mal das an. Was denn das? Alter. Na hier an der Tür hoch. Überall diese hässlichen Zeichen. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Neck Sache, Alter. Hier läuft irgendwas nicht richtig. Was ist denn hier los? Hat die in der Kuscheltiere geopfert, oder? Juhl. Die hier Beschwörungen machen. Da habe ich auch schon mal ein fehlendes Platz, dass sie sehen, dass die hier auch so was machen. Ja, das stimmt. Außer Satans bestimmen. Aber ey, wir müssen die einfach rumdrehen und... Dann bekommt die vor ein bisschen hoch. Ja, nicht, dass sie schon rausgerannt ist und uns haben wir draußen geklauert. Ja, aber gut. Weil ich ja... Zeke Scheiß. Obwohl sie kommt hinter uns, oder? Alter, Alter. Ja. 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 Wollen wir das jetzt zum Aufteil, oder wo ist das? Ja. Mach mal. Aber wir haben es mal mit dem Stoffwerk. Drückchen. Zeh, zweh. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, wir wussten aber. Wir haben hier zwei Stoffwerke. Da werden wir konzentrieren. Ja. Genau. 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 Ja, das ist das. Ja, wir brauchen zu Schluss alles zusammen, oder? Ja, wir gehen gerade alles gut. Ja, wir müssen nachher, aber erst mal suchen wir uns nach den Garten ab. Also jetzt einer das Stockwerk und dann das nächste Stockwerk die anderen. Also macht jeder eh ein Stockwerk. Lass uns hier in fünf bis zehn Minuten noch mal treffen und dann... Also rennen wir durch die Stockwerke und dann treffen wir uns alle noch mal hier. Die gehen hoch und dann halt wieder in die Etage. Alles klar, dann machen wir es so. Wer geht wohin? Also hier könnt ihr euch auch noch aufhören. Wir können uns hier oben aufhören. Gehst du schon mal vor? Das muss man sagen. Oh, was ist denn im Keller? Dann überleg die ganzen Augen hin auf dem Dach. Gehst du aufs Dach? Gehst du aufs Dach? Gehst du aufs Dach? Nein, dann nehm ich die mittlere Etage. Das nicht. Und dann machst du unten. Gehst du aufs Dach? Gehst du aufs Dach? Nein, dann nehm ich die mittlere Etage. Alter, ohne Scheiß. Sie ist irgendwas hier falsch. Sie läuft irgendwas richtig schief. Ohne Scheiß. Oh Scheiße. Jungs, die ist hier. Sie ist gerade hier. Sie ist gerade hier. Sie ist gerade hier. So, Robert ist jetzt schon in dem Keller. Tino ist nach oben. Und ich gucke mich jetzt erstmal hier um. Ich hab keine Ahnung wo die jetzt sind. Alter. Oh. Scheiße. Ekloti ist hier. Jungs. Ja, da geht jetzt gerade hin. Scheiße. Die ist doch noch da, die alte. Ich bin jetzt ganz oben. Wie gesagt, filmen wir jetzt ja von ganz oben aus. Die anderen sind jetzt unten. Also, wie ihr auch mitgekriegt habt. Robert ist im Keller. Und Tino ist in der Mitte Etage. Und Tobi ist ganz unten. Ja. Echt, das sieht so creepy aus hier. Wie gesagt, da gibt's hier einen Raum. Gibt's auch wieder einen Raum. Schon creepy gewesen mit der Frau da unten. Oh. Da liegt schon ein Rahmen. Ja. Hier kann man auch noch mal raus gehen. So. Hier. Geht halt bis hinten durch, ne. Aber alles halt immer nur so Räume und so. Und ja, hier auch sieht's krass mit der Tür und so. Das sieht jetzt größer aus. Ja. Hier sieht man auch schon. Seht ihr nicht wahrscheinlich. Die Bräschung. Schon unten hoch gewachsen. Na ja. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Jetzt haben wir hier so weit oben alle zu sehen. Und ähm. Ach. Gehen wir mal die anderen suchen, wa? Ich hoffe. Ich find sie noch. Ah. Ah. Oh mein Gott, mein Gott. Was? Boah scheiße. Dominik. Boah scheiße. Dominik. Bubi. Bist du noch mal wieder? Bist du noch mal wieder? Scheiße. Du was? Tino? Tino? Scheiße. Ey, verpiss dich. Mach keine Scheiße, Mann. Ich bin der Verrückten noch keine Spur. Auch von den anderen habe ich wohl noch keine Spur. Also von daher... Tobi? Tobi? Okay. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, was ich mache. Aber ich wusste. Oh, scheiße. Falscher Raum. Tobi? Wow. Pssst. Nein. Warte. Oh, scheiße. Falscher Raum. Tobi. Falscher Raum. Oh. Oh, scheiße. I Phalan. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020